Hallo und herzlich willkommen zum Trading-Podcast der Sparing Investment Academy. Hier sind eure Hosts Konstantin Zander und natürlich Oliver Sparing. Einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren und herzlich willkommen in der Börgersen-Schule, dem Trading-Podcast der Sparing Investment Academy und schönen guten Tag Olli. Hallo Konsti, wie ist das Wertebefinden? Es ist hervorragend. Ich freue mich wie ein Schnitzel auf die heutige Folge tatsächlich, weil es super, super spannend wird. Es ist in aller Munde das Thema AI und so. Deswegen, da werden wir später nachher ganz, ganz, ganz tief reintauchen in dieses ganze Thema. Wie geht es dir? Was ist los in Hamburg? Es schneit. Ich will Frühling. Okay, dann sage ich jetzt, dann sage ich nicht, wie es hier aussieht. Nein, das will ich gar nicht wissen. Ne, ansonsten, ja, hier ist gerade ganz schön was los bei uns im Kundenforum, in der Community-Plattform, weil, ja, ihr habt sicherlich mitbekommen, gestern ES um über 2% eingebrochen. Märkte sind schon wieder in Panik und wer uns schon länger folgt, der weiß, ich bin absolut kein Crash-Prophet. Im Gegenteil, ich bin im Zweifelsfall immer eher Team Optimismus. Aber es brodelt gerade ganz schön. Hintergrund der ganzen Geschichte ist, dass die Silicon Valley Bank vor zwei Tagen am Mittwoch einen sehr großen Aktienkauf, also Kapitaleinsammlung im Prinzip, angekündigt hat, um ein riesiges Loch aus einer Verlustposition von über 20 Milliarden Dollar zu stopfen. Und das hat wiederum direkt mal den Aktienkurs 60% einbrechen lassen von dieser SVB-Bank. Das ist krass. Und jetzt sind die Anleger natürlich ganz schön in Panik, denn das ganze Thema betrifft viele kleinere Banken in den USA. Gerade diejenigen Banken, die sich eher als Wagniskapitalgeber verstehen und eben, ja, in Start-ups etc. pp. investieren. Und jetzt haben natürlich die Anleger durchaus berechtigte Angst, ob ihr Geld bei diesen Finanzinstituten sicher ist. Und wie wir alle wissen, so eine Welle kann schnell mal von den kleinen Banken zu den großen Banken überschwappen. So die News in den Reuters und Bloomberg Terminals waren so die letzten zwei Tage wirklich tiefrot. Und hinzu kommt natürlich der erschwerende Fakt, dass die Zinskurve, also das Verhältnis von 10-Jährigen zu 3-Jährigen Staatsanleihen in den USA, auf einem historisch niedrigen Wert steht. Und das sind immer Situationen gewesen, denen dann auf kurz oder lang durchaus ein Crash gefolgt ist. Also, ich habe auch schon angekündigt in unserer Community-Plattform, dass wir am Montagabend ein Sonderwebinar einlegen werden, wo wir uns um das ganze Thema Hedging mal genauer kümmern werden, Gesamtmarktanalyse. Wo ich den Kunden dann auch nochmal zeigen möchte, wie sie ihre Portfolios jetzt möglichst effektiv und auch möglichst kostengünstig absichern können. Also, ich will jetzt nicht sagen, übermorgen geht die Welt unter, aber wir nehmen diesen Podcast hier am Freitag, den 10.3., 10.3. ist heute, ne? Ja, nehmen wir den gerade auf. Ihr hört ihn frühestens am nächsten Dienstag. Wer weiß, was bis dahin schon passiert ist. Also, vielleicht kriegen auch alle noch irgendwie die Kurve, aber da braut sich gerade was zusammen auf jeden Fall. Also, das könnte spannend werden und ich lege jedem von euch, der in größeren Summen investiert ist, ans Herz, jetzt nicht panisch alles zu verkaufen. Bitte, bitte keine Panikmache, überhaupt nicht. Aber beschäftigt euch doch mal grundsätzlich mit dem Thema Hedging, was es für Möglichkeiten so für Privatanleger gibt, um sein Portfolio mal im Zweifelsfalle abzusichern und vielleicht ein bisschen Geld einzusammeln, um dann bei niedrigeren Kursen wieder erfolgreich effizient nachkaufen zu können. Das ist jetzt auf jeden Fall eine Thematik, die interessant werden könnte. Gut, okay, alles klar. Gut, dass wir das geklärt haben. Wollen wir gleich reinspringen? Wollen wir es machen? Ich habe schon so Bock. Auf jeden Fall unbedingt. Gut, alles klar. Also, ich habe mir ein paar Fragen überlegt. Ich habe mir drei Fragen überlegt, die ich gern ChatGPT stellen möchte bezüglich Trading. Hau rein. Was ist deine erste Frage? Ich bin gespannt. Meine erste Frage ist, was ist die beste Day-Trading-Strategie? Okay. Und wir machen das jetzt live. Die Leute, die uns live zusehen, können auch sehen, ich sitze hier, also die Kamera ist ein bisschen anders eingestellt als sonst. Deswegen, damit ich hier live am Computer eben gerade das mal eintippen kann. So, was ist die beste Day-Trading-Strategie? Ich lese jetzt live vor, was mir ChatGPT ausspuckt. Als AI-Modell bin ich keine finanzielle Beratung und ich kann keine spezifischen Empfehlungen für Investitionen geben. Es ist wichtig zu beachten, dass Day-Trading sehr riskant sein kann und ohne gründliche Forschung und Verständnis der Märkte kann es leicht zu hohen Verlusten führen. Allerdings gibt es einige allgemeine Strategien, die viele Trader anwenden, um ihre Erfolgschancen zu erhöhen. Einige dieser Strategien umfassen Doppelpunkt. Technische Analyse. Diese Methode bezieht sich auf das Studium von Charts, um Muster und Trends zu identifizieren, die verwendet werden können, um Entscheidungen beim Kauf und Verkauf von Aktien zu treffen. Zweitens, Fundamentalanalyse. Diese Methode bezieht sich auf die Bewertung von Unternehmen anhand von Finanzkennzahlen wie Einnahmengewinn und Verschuldung. Die Idee ist, Unternehmen zu finden, die unterbewertet sind und deren Aktienpotenzial und deren Aktienpotenzial haben. Ja, gut gedeutscht. Drittens, Scalping. Diese Strategie bezieht sich auf den Kauf und Verkauf von Wertpapieren innerhalb von 10.000, Sekunden oder Minuten, um kleine Gewinne zu erzielen. Viertens, Swing Trading. Diese Strategie bezieht sich auf den Kauf und Verkauf von Wertpapieren über einen Zeitraum von mehreren Tagen bis Wochen, um von kurzfristigen Preisschwankungen zu profitieren. Fünf, Arbitrage. Diese Strategie bezieht sich auf den Kauf und Verkauf von Wertpapieren auf verschiedenen Märkten, um von Preisunterschieden zu profitieren. Es ist wichtig zu beachten, dass keine Strategie garantiert, dass sie Geld verdienen werden. Es ist wichtig, ihre eigene Forschung durchzuführen, ihren eigenen Entscheidungen zu treffen und nur mit Geld zu handeln, das sie sich leisten können, zu verlieren. Punkt. So. Interessante Antwort. Interessante. Was ich besonders interessant finde, ist die Tatsache, dass Scalping und Swing Trading zum Beispiel als Strategie bezeichnet wurden. Weil ich glaube, ich verstehe unter dem Wort Strategie was anderes. Ja, auf jeden Fall. Ich finde es interessant. Also ich finde es auf jeden Fall gut, dass ChatGPT die Leute dazu ermahnt, selbst nachzudenken und selbst aktiv zu werden. Das ist ja jetzt gerade aktuell das größte Thema, was die meisten überhaupt mit ChatGPT haben, dass, ja, die ganze Plattform eher das Denken übernehmen soll oder übernehmen will. Und insofern finde ich es dann natürlich schon klasse irgendwie, dass die Antwort lautet, ihr müsst euch im Zweifelsfalle selbst mit der Materie beschäftigen. So. Und auch, dass eine überwiegende Mehrheit der Leute Geld im Trading verliert, ist natürlich auch eine sinnvolle Sache, dass ChatGPT das einmal mit anführt. Was ich jetzt ein bisschen seltsam finde, du hast ja nach einer Day-Trading-Strategie gefragt, dass das ChatGPT jetzt mit solchen Sachen wie Arbitragehandel oder Fundamentalanalyse in Aktienwerten kommt, was nur wirklich rein gar nichts mehr mit Day-Trading zu tun hat. Und dann aber auf der anderen Seite Scalping irgendwie aufführt. Und ja, da bin ich total bei dir. Scalping ist keine Strategie. Scalping ist eine Herangehensweise, ist eine Trading-Disziplin im weitesten Sinne und keine Strategie. Ja, ja, voll. Da merkt man einfach, dass ChatGPT quasi aus dem sammelt, was es kennt. Dass es also irgendwie Websites wahrscheinlich durchsucht hat und eben nach irgendwelchen Antworten, die in diese Richtung gehen könnten, gesucht hat und die jetzt so hintereinander geklatscht hat. Man merkt es auch ein bisschen am Deutsch. Also da sind hier und da so ein paar Fehlerchen drin. Aber alles in allem finde ich es mal eine coole Antwort irgendwie, die sehr allgemein und sehr diplomatisch gehalten ist, aber inhaltlich mich natürlich jetzt so in keinster Weise weitergebracht hat. Ja, ja, ja. Es ist sehr allgemein gehalten, auf jeden Fall. Ja, ja. Und ich habe so die Vermutung, das wird bei den nächsten Antworten, die wir uns jetzt raussuchen, durchaus ehrlich sein. Gut, nächste Frage, die ich stellen wollen würde, ist, woran erkennt man eine Trendwende an der Börse? Weil das ist natürlich sehr interessant für all diejenigen, die so ein bisschen das Gefühl haben, sie müssen das absolute Tief oder das absolute Hoch erwischen, um die gesamte Strecke mitzunehmen, was natürlich völlig illusorisch ist. Aber mal gucken, was Chat-Chipiti hier. Da bin ich gespannt, ob die Antwort jetzt technischer sein wird oder ob es wieder so oberflächliches Geplänkel bleibt. Ich glaube fast nicht. Aber jetzt gucken wir mal. Also eine Trendwende an der Börse kann schwierig zu erkennen sein und erfordert normalerweise eine gründliche Analyse der Marktdaten und Muster. Nicht schlecht. Einige Indikatoren können jedoch auf eine bevorstehende Trendwende hinweisen. Jetzt bin ich gespannt. Veränderungen im Handelsvolumen. Wenn das Handelsvolumen für einen bestimmten Vermögenswert deutlich steigt oder fällt, kann dies ein Hinweis auf eine bevorstehende Trendwende sein. Zweitens, technische Indikatoren. Eine Änderung der technischen Indikatoren, wie zum Beispiel des gleitenden Durchschnitts, kann ebenfalls auf eine bevorstehende Trendwende hindeuten. Drittens, Umkehrmuster. Es gibt mehrere Chartmuster, die auf eine Trendwende hindeuten können, wie zum Beispiel das Kopf-Schultermuster oder das Doppeltop-Muster. Also sind wir eigentlich auch bei der Charttechnik. Viertens, Nachrichten und Ereignisse. Wichtige Nachrichten oder Ereignisse können dazu führen, dass sich der Markt schnell ändert, was auf eine bevorstehende Trendwende hinweisen kann. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass keine dieser Indikatoren allein ausreicht, um eine Trendwende sicher vorherzusagen. Eine umfassende Analyse und das Verständnis des Marktes und seiner Bewegungen sind notwendig, um eine Trendwende mit angemessener Genauigkeit vorherzusagen. Spannend. Bam. Die Antwort für mich spankt. Ja, ja, auf jeden Fall. Also gerade, dass er als Punkt 1 das Volumen aufführt, was schon sehr, sehr speziell ist, was ich jetzt grundsätzlich auch erstmal als die sinnvollste aller Antworten erachte, neben den News natürlich, finde ich sehr, sehr spannend. Cool. Also das ist eine Antwort, wer sich ein bisschen mit der Materie beschäftigt hat, mit der man schon etwas mehr anfangen kann als bei der anderen Frage. Ja, ja, ich meine, spannend ist halt, dass er jetzt Sachen wie Chartmuster, sprich Kopf-Schultermuster und Doppeltop und so, dass er das nicht mit in die technischen Indikatoren mit reingenommen hat. Da merkt man eben, finde ich, dass er sich natürlich jetzt nicht auskennt mit dem Thema, sondern reproduziert, was er online irgendwo findet. Also da ist es vielleicht nochmal interessant aufzuführen, auch im Einklang mit der Antwort aus Frage 1, dass Chat-GPT sehr, sehr fokussiert ist auf technische Analyse, technische Indikatoren oder allgemein technische Herangehensweise, wo ja dann eben auch die Formationen wie Schopfkulta, Schopfkulta-Schopf, wer kennt sie nicht? Die Kopf-Schulter-Kopf-Schulter, mein Gott, Formationen mit reinfällt. Nee, das finde ich sehr, sehr interessant. Ist aber auch natürlich naheliegend, weil das Internet natürlich in allererster Linie mit diesen ganzen technischen Geschichten vollgekleistert ist. Genau. Ich habe gerade gestern auch ein sehr, sehr interessantes Kundengespräch gehabt mit jemandem, der sich für unsere Kurse interessiert hat, der auch schon sehr, sehr weit in dieser ganzen Welt der technischen Analyse drin steckt und da jetzt mal mit mir drüber sprechen wollte, weil er verdient damit nicht so richtig Geld. Und ich habe ihm als allererstes gesagt, ich bin absolut kein Fan davon, pauschal zu sagen, das, was ich mache, funktioniert und alles andere ist Quatsch. So wie doch sehr, sehr viele Trader das da draußen tun. So mache ich absolut nicht. Aber du musst mal bedenken, 90 bis 95 Prozent aller privaten Trader da draußen verlieren Geld an der Börse im Trading. Egal ob Swing Trading, Day Trading, Scalping, was auch immer. Ist ein statistischer Fack. Von diesen 95 Prozent handeln wiederum 95 Prozent CFDs, Zertifikate und Forex und beschäftigen sich mit genau diesem Thema, nämlich Chartformationen und technische Analyse und irgendwelchen Chartindikatoren und verlieren damit offensichtlich Geld. Das heißt nicht, dass das pauschal alles Quatsch ist. So, ich bringe aber gerne meinen Papa an, der ist auch Trader, der hat eine ziemlich simple Herangehensweise mit, also der hat riesige Statistiken, der ist bienenfleißig, was das Thema angeht. So, der weiß wirklich, was er tut. Aber er handelt auch irgendwo auf Basis von, ich sage mal, technischen, statistischen Herangehensweisen. So, das funktioniert schon. Aber trotzdem, die absolute Mehrheit der privaten Trader da draußen verliert Geld und wiederum von denen die absolute Mehrheit handelt eben genau auf Basis von solchen Indikatoren oder Mustern oder was auch immer und verliert da ganz offensichtlich Geld mit. Und das kommt nicht von ungefähr. Es ist einfach, wenn du anfängst, irgendwie Linien in den Chart einzuzeichnen, du kannst tausend Dreiecke, Wimpel, Flaggen, Chart, Trendkanäle oder sonst was in den Chart einzeichnen und jeder sieht das irgendwo anders ein bisschen. Das ist einfach ein einziges Hickhack und Wirrwarr und Durcheinander und man kann viel zu viel unterschiedliche Dinge in bestimmte Situationen hineininterpretieren. So, du findest immer irgendwie tausend Linien, die für einen Long Trade sprechen würden und du findest tausend Linien, die für einen Short Trade sprechen würden. Also du weißt, worauf es hinausläuft. Und deswegen verlieren da einfach auch so viele Geld mit und verrennen sich da total, weil es natürlich aber auch, und da sind wir beim eigentlichen Kern des ganzen Problems, weil es eine einfache Lösung für ein komplexes Problem verspricht. Weil jeder kann irgendwie sehen, wenn ich hier ein paar Punkte miteinander verbinde und da ergibt sich so eine tolle Linie, Jo, das kann ich nachvollziehen, das verstehe ich. Aber Trading ist halt, beziehungsweise die Kräfte, die die Märkte bewegen, sind halt leider doch etwas komplexer als Trendlinien. Und deswegen muss man schon irgendwie ein tieferes Verständnis dafür aufbauen, aus meiner Sicht jedenfalls. Und das ist letzten Endes auch der Grund, warum so viele dann Geld damit verlieren. Du hast vorhin was sehr Richtiges gesagt, und zwar dein Vater hat einfach massiv Statistik geführt. Und das machen eben viele nicht. Die haben irgendwo mal gelesen, dass sie ein bestimmtes Muster suchen sollen. Das suchen sie und wenn sie glauben, es gefunden zu haben, wundern sie sich, warum es manchmal nicht klappt. Aber ich könnte mir vorstellen, dass die meisten, die kein Geld verdienen an der Börse, eben auch dementsprechend keine Statistik geführt haben, um mal zu checken, ob das, was sie da jetzt ausprobieren, wirklich funktioniert. Oder ob sie das noch verfeinern sollten oder müssten. Und das ist eben die Arbeit. Da trennt sich dann die Spreu vom Weizen. Ja, und dann kommt auch das große Thema Risiko und Money Management dazu. Was dann die zweite große Säule ist. Und spätestens da wird es dann eigentlich auch komplex. Aber egal, da atmen wir jetzt ein bisschen aus. Das soll nicht Thema dieser Folge sein. Insofern, aber spannende Antwort von ChatGPT auf jeden Fall, finde ich, auf das Thema. Vor allem, weil sie jetzt hier wirklich mit dem Thema Volumen angefangen haben. Und da sind wir natürlich, da hat die Plattform natürlich schon einen sehr interessanten Punkt angesprochen. Ja. Letzte Frage. Und da dachte ich, bin ich mal ein kleines bisschen kreativ hier. Bitte, bitte. Und frage mal, schreibe ein Trading-Gedicht. So. Von Charts und Zahlen. Achso. Ich fange an. Entschuldigung, hättest du das nicht noch ein bisschen spezifizieren können? Hätte da nicht noch irgendwie ein Rosa-Neil-Pferd drin vorkommen können? Nein, egal. Lies vor. Okay, ich dann schreibe. Lass mich ja noch ein neues schreiben mit dem Rosa-Neil-Pferd. Schreibe ein Trading-Gedicht. Schau, das wäre ein schönes Gedicht geworden hier. Schreibe ein Trading-Gedicht mit einem rosa-Neil-Pferd. Jetzt möchte ich gerne beide Gedichte hören. Spannend. Okay, ich lese mal das erste vor. Einfach nur schreibe ein Trading-Gedicht. Ja. Von Charts und Zahlen mein Geist erfüllt, um Chancen zu ergreifen und meine Träume zu verwirklichen. Ich beobachte den Markt, warte auf den perfekten Moment, um zu kaufen oder zu verkaufen, mit Geschick und Instinkt. Ich navigiere durch Höhen und Tiefen, wie ein Kapitän auf einem stürmischen Meer, auf der Suche nach Möglichkeiten, um Gewinne zu erzielen, ohne Furcht oder Zittern. Also es wird sich anscheinend nicht gereimt, nur mal nebenbei. Ich vertraue auf Technik und Analyse, um sicherzustellen, dass ich klug handele, um meine Verluste zu minimieren und meine Gewinne zu maximieren. Das Trading ist ein Spiel, manchmal voller Risiken und Unsicherheiten, aber ich bleibe fokussiert und diszipliniert und halte an meinen Träumen fest, bis sie Wirklichkeit werden. Ich weiß, dass der Markt unvorhersehbar ist, doch ich bin bereit für jedes Szenario, um meine Chancen zu nutzen und meine Träume zu verwirklichen. Das hört sich an, ey, das könnte so, weißt du, ich höre das so, ich sehe dazu so ein Dubai-Alpha-Trader-Werbeclip und genau dieses Gedicht liest die Stimme von Bruce Willis vor. So, aber jetzt kommen wir doch zum wichtigen, nämlich zum Trading-Gedicht mit einem Rosanilpferd. Ja, bitte. Bist du bereit? Ja, unbedingt. Es fängt ähnlich an. In einer Welt voller Charts und Zahlen traf ich ein Rosanilpferd mit strahlenden Augen. Es schien, als würde es sagen, hallo, lass uns die Börse erobern und los geht's. Das Nilpferd hatte keine Ahnung von Markt und Handel, aber ich spürte, dass es etwas zu bieten hatte. Vielleicht ein bisschen Glück oder einen neuen Blickwinkel, um den Markt zu betrachten und zu handeln. So saßen wir da, Hand in Hand, das Nilpferd und ich, Seite an Seite. Die Charts und Zahlen waren plötzlich nicht mehr so kompliziert. Mit diesem Rosanilpferd, das das Leben so sehr bereichert. Und als wir uns durch den Markt bewegten, fühlte ich mich sicher und ohne Sorgen. Denn ich hatte das Nilpferd an meiner Seite. Ein Freund und Verbündeter, immer und ewig. Denn manchmal braucht man im Trading mehr als nur Wissen. Man braucht einen Freund, der mit einem geht. Jemanden, mit dem man lachen und weinen kann. Und mit einem Rosanilpferd kann man alles erreichen. Genau, mein Humor. Ich meine, in Wahrheit spricht dieses Gedicht uns ja aus der Seele. Es redet von der Trading Community. Ja, ja, ja. Es spricht von der Trading Community. Und ich möchte, dass wir uns ab jetzt alle als Rosanilpferde betrachten. Auf jeden Fall. Ja, ja, ich glaube, unser nächstes Logo für die nächste Firma, Börsenfirma, die wir gründen, wird definitiv ein Rosanilpferd werden. Das geht jetzt gar nicht mehr anders. Großartig. Ja, wunderschön. Ich finde das beeindruckend, wie hier wirklich das Nilpferd eingebaut wurde. Aber liebevoll. Unglaublich. Wahnsinn. Wahnsinn. Oh, es hat mich jetzt völlig aus der Fassung gebracht. Jetzt weiß ich gar nicht mehr. Jetzt weiß ich gar nicht mehr weiter. Frag doch mal ChatGPT, ob die Börse bald zusammenbrechen wird. Gibt es bald den nächsten Börsencrash? Gibt es bald den nächsten Börsencrash? So, bevor ich Enter drücke. Warte mal, warte mal. Falsche Frage, weil ChatGPT kennt nur Daten bis 2021. Also falsche Frage. Anders formuliert. Woran erkenne ich, dass ein Börsencrash bevorstehen könnte? So muss es heißen. Crash bevorstehen könnte. So, bevor ich Enter drücke, möchte ich, dass wir kurz raten, was ChatGPT uns darauf antwortet. Technische Analyse? Definitiv. Ich glaube, es wird anfangen mit wieder einmal, ich bin nur eine AI und ich kann nichts vorhersehen. Also es wird erst mal allgemein gehalten. Technische Analyse möglich. Ich könnte mir vorstellen, dass sie sogar, dass ChatGPT sowas wie den Fear and Greed Index kennt. Könnte ich mir vorstellen. Eventuell den Fear and Greed Index oder auch also fundamentale Analysefaktoren wie die Zinskurve. Also da bin ich gespannt. Er wird bestimmt wieder mehrere Faktoren aufführen. Aber ja, es wird auf jeden Fall auch wieder aufgeführt werden, dass er das natürlich nicht vorhersehen kann und dass er nur eine AI ist, bla bla. Aber ja, ja, bin gespannt. Drück mal Enter. So, also die Vorhersage eines Börsencrash ist sehr schwierig und es gibt keine Garantie für die Richtigkeit einer solchen Vorhersage. Es gibt jedoch einige Anzeichen, die auf einen bevorstehenden Börsencrash hinweisen könnten. Also Checkmark. Erstens, überhöhte Bewertungen. Wenn die Bewertungen von Aktien oder anderen Vermögenswerten im Vergleich zu ihren Fundamentaldaten wie Gewinn oder Umsatz zu hoch sind, kann dies auf eine Blase hinweisen, die irgendwann platzen könnte. Zweitens, steigende Zinsen. Wenn die Zinsen steigen, kann dies dazu führen, dass Investoren ihr Kapital von risikoreichten Vermögenswerten abziehen und in sichere Anlagen wie Anleihen umschichten, was zu einem Verkaufsdruck auf dem Markt führen kann. Kann. So. Drittens, abnehmende Wirtschaftsindikatoren. Wenn Wirtschaftsindikatoren wie Arbeitslosigkeit, Einzelhandelsumsätze oder das BIP schlechter werden, kann dies darauf hinweisen, dass die Wirtschaft in Schwierigkeiten gerät und Investoren ihre Investitionen infrage stellen. Viertens, politische und geopolitische Unsicherheit. Politische Instabilität, Konflikte oder Handelskriege können ebenfalls dazu führen, dass Investoren nervös werden und ihre Anlagen verkaufen. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass diese Faktoren allein nicht ausreichen, um ein Börsenkisch zu sagen. Ein Börsenkisch kann jederzeit unerwartet eintreten, auch wenn die Indikatoren nicht darauf hinweisen. Es ist wichtig, dass Anleger immer vorsichtig und bereit sind, auf plötzliche Veränderungen im Markt zu reagieren. Ja. Sind zwar sehr allgemeine Faktoren alles, so die offensichtlichsten würde ich mal so sagen, aber richtige Antwort, definitiv. Und wenn man mal so im Kopf das gerade durchgegangen ist, dann können wir einen Großteil dieser Faktoren zum aktuellen Zeitpunkt als gegeben deklarieren. und insofern unterstreicht das nochmal meine Aussage vom Anfang der Folge. Vorsicht walten lassen, gerade mit den Investitionen. Gut. Finger ein bisschen stillhalten. Gut, gut. Ja. Hast du noch eine? Nee, ich glaube, wir müssen auch Feierabend machen, denn unsere 30 Minuten sind gleich voll hier. Unsere 30 Minuten? Haben wir schon mal erklärt, warum wir 30 Minuten immer machen? Haben wir einen Grund, warum wir immer 30 Minuten machen? Erklär du es mir bitte. Naja, in Wahrheit ist es ja so ein bisschen, hat es sich ja eingebürgert, weil die Kameras, die uns filmen, können nicht länger als 30 Minuten am Stück filmen. Siehst du, er hat mal wieder einen technischen Hintergrund. Ja. Genau, gut. Nee, alles klar. Also wunderbar, das hat größten Spaß gemacht. Wenn ihr da draußen wollt, dass wir ChatGPT ein paar Fragen stellen, sagt Bescheid. Ich frage ChatGPT alles, was ihr wollt. Vielleicht wäre das so eine Kategorie, die wir einführen könnten, immer mal wieder. So, dann auch so ein bisschen krassere Fragen, so, wie funktioniert Volumentrading und so. Das frage ich noch zum Abschied, aber die Antwort bekommt ihr erst in der nächsten Folge. Unbedingt. Und bitte, bitte, bitte speichere das Nierpferd-Gedicht ab und schicke es mir. Ich will es heute noch in der Community posten. Gut, alles klar. Das mache ich. Kopieren. Wo ist mein WhatsApp hier? Verflucht nochmal. Hier, zack. Ja, schicke ich dir sofort zu. Es war mir ein absolut großes, großes Fest. Ihr Lieben da draußen, ich wünsche euch eine traumhafte Woche. Macht es gut. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis zum nächsten Mal und ciao. Macht's gut. Bis nächste Woche. Ciao. Vielen Dank fürs Zuhören. Für weitere Informationen oder aus reiner Neugierde, besuch uns auf www.sparing-academy.de. Wir haben einen kostenlosen Börsencrashkurs.